ARD Text im Auftrag des ZDF für funk So schnell wie möglich wechseln, Spanienjunge! Soundgokul! Äh, heiho! Jetzt weißt du endlich, mit wem du es zu tun hast! Äh, wer warst du noch gleich? Ah! Oh nein! Oh nein! Oh yeah! Ach, dieser Idiot! Meister! Es wird Zeit, dass ihr eliminiert werdet! Na, dann pack mal den Super Saiyajin Blue aus und wir legen los! Äh, kann ich aber nicht! Dann eben den dreifachen Super Saiyajin! Drei? Ich wusste nicht mal, dass es einen zweiten gibt! Mein Gott, Kaba! Verpiss dich doch einfach! Au! 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 Scheint durchaus wahr zu sein, aber... Wisst ihr noch, wie es Cell damals eine magische Bohne gegeben hat? Aha! Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Ah! Ah! Na, raus, aus! Ja, Gott, boah, das bringt ja gar nichts! Ziel auf ihre Brüste, Sangoku! So besiegt Meister Beerus seinen Bruder jedes Mal. Hey! Willst du auf irgendwas anspielen? Natürlich! Schau dich doch nur mal an! Ich hab ein Schilddrüsenproblem! Du bist einfach nur fett! Sie sollten auf ihr Herz achten, Meister Champa. Wie wär's mit einem Schokoladenkuchen zur Beruhigung? Nicht jetzt, Wados! So! Kaku! So! Kaku! Ein Small! So, Kale, du willst mich, du kriegst mich! Ein Kame und ein Hame und ich schicke dich heim zu Mami! Ja! Fester, Mami! Bitte, was? Ich sagte Fester! Okay, ich will das Gleiche, was er hatte. Mann, war das geil. Na? Leute, ich weiß, was da los ist. Die ist ziemlich angepisst und wütend. Das heißt, sie hat ihre Tage. Und das heißt, wir halten Abstand, Topomanians. Ich mach sie fertig. Aber Jiren, Bruder, du sagtest doch immer, dass man einer Frau den Abstand geben soll, den sie braucht, damit sie sich nicht in die Enge getrieben fühlt. Ja, ich weiß. Nee, du greifst trotzdem an, Bruder. Das ist ein großer Fehler, Bruder! Ich gewinne. Du hast sie nur mit einem Hieb besiegen können. Gar nicht so übel. Ja, ich weiß. Unfassbar. Du bist ja sogar dämlicher als Son Goku. Hiho! Wenn man vom Teufel spricht. Viel Spaß mit ihm. So, Jiren. Endlich hab ich dich für mich allein. Nix da, du Schnalle! Du hast dies Puppgang! Ach, komm schon, Mann! Lass dich nicht von ihm verführen. Er ist nur unter der Kraft interessiert. Sonst bist du ihm doch völlig egal, Bruder. Was meinte er denn mit verführen? Diese Arena ist nicht groß genug für uns beide. Okay, erstens. Doch, ist sie. Zweitens. Halt die Klappe. Das ist mir zu doof. Ich bin der Schüler des großen Topper Hogan. Mir egal. Er ist der stärkste Wrestler unseres Universums. Und ich hatte die große Ehre, von ihm trainiert zu werden. Ist mir immer noch egal. Hä? Wird es dir immer noch egal sein, wenn ich dir den Arsch aufreiße? Du wirst gleich erfahren, was es heißt, von einem Assassinen getroffen zu werden. Und du hast doch eben erfahren, was es heißt, vom Wrestler aufs Maul zu bekommen. Hä? Wie macht's einfache? Bis zum nächsten Mal.